Der Wallenstädter Fasnachtsumzug von 2020, kurz bevor der Lockdown beschlossen wurde und natürlich dieses Jahr, im 2021, gibt es natürlich gegen Corona keinen Fasnachtsumzug. Ihr wisst bereits, wir haben neue Wagenbaugruppen begleitet in Wallenstadt. Das ist der Wagen vom Turnverein. Beim Tag 1 waren wir bereits bei den Frauen, die haben gemalt. Und jetzt, beim Tag 4, sind wir zu den Männern gegangen und schauen, was sie machen, bis der Superwagen gestand ist. Wir waren aber auch beim Café Glutz, wo am Anfang gestanden ist, eigentlich zuerst gar nicht so richtig gewusst, was sie machen wollen. Dann hat sich aber dann gleich ein riesiges Engagement gezeigt und zum Schluss ihr seht den Wagen. Sie sind gelandet. 50 Jahre Mondlandung, Café Glutz. Und zum Schluss sind wir mit der Fasnachtsgesellschaft nochmals zum Lurli-Team. Das ist jetzt die Dokumentation innerhalb von diesen vier Tagen. Weiter geht es dann natürlich mit dem Umzug, mit der Röli. Die Leute hier raus können alles vom letzten Jahr, leider, leider, weil im Jahr 2021 ist eben nichts möglich. Zuerst sind wir beim Schlägel, ich sage es mir jetzt mal so, beim Café Glutz gewesen. Unser Ofen, das Prunkstück, oder? Das ist der, der uns alle warm behalten an der Fasnacht. Ganz etwas Wichtiges. Letzt Samstagmorgen, jetzt bist du alleine, oder? Ja, ja, es ist ja so. Und hier haben wir unseren Namen der Gruppe. Das war auch eine lange Nacht, die wir dort konstruiert haben. Ja. So. Also hier der Café Glutz. Café Glutz, oder? Warum denn das? Das ist eine Abkürzung, oder? Ah, jetzt sehe ich es da. Ja. Gut, genau. Vorzielm arbeitender Fasnachtler. Immer gut gelernt, lustig und zeugungsbereit. Hoi, hoi, hoi. Jawohl. Was passt am besten zu dir? Ja. Alles. Alles. Aber heute bist du irgendwie speziell fit, oder? Ja, 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 gut. Bist du nicht angestösst? Nein, gar nichts. Aber die anderen, die sie kennen, sind gerade angestösst. Ja, einer fährt gleich runter. Hoi, hoi, hoi. Das ist gut. Es läuft, es läuft. Das ist eure Galerie hier. Das ist unsere Galerie, was wir alles schon gemacht haben miteinander. Das Team, wie es jetzt so beieinander ist. Also das, was ihr einfach zeigt, oder? Ja, wenn wir ein Umzug sind, oder? Also, das Highlight sind sicher einmal die grossen Gitarren, die wir gebaut haben. Die gibt es heute noch. Ja. Die sind am Weisdannen, am Openair. Ja. Die brauchen sie noch als Bühne-Dekoration. Vor zwei Jahren, das Flugzeug, das wir hier gemacht haben, war sicher ein Highlight. Hier haben wir ganz am Anfang die Zahlenweide. Das war auch eine ganz schöne Nummer. Ja, und wann haben wir das Jahr gesehen? Ja, heute haben wir das Motto Mondlandung, oder? Hoi, ja. Und hier der Helikopter ist dann gelaufen, oder? Ja. Dann haben wir das erste Laufen gelassen. Und dann hat es dann so Bäume gehabt und dann hat es alle Huren Nests runter gescheitert, oder? Wo ist es denn? Ja, eben da. Da oben neben dem Helikopter, oder? Dann ist dann der Grossrotor und der Heckrotor gelaufen. Ja, ja. Ja. Und jetzt eine Mondlandung, oder? Ja, jetzt haben wir das Motto Mondlandung. Und du wärst dann Neil Armstrong? Ja, das wissen wir jetzt noch nicht, weil, dass ich da bin, oder? Wir sind jetzt schon gespannt, wie das jetzt da kommt, oder? Jawohl, gut. Ja, jetzt gehen wir noch mal gucken. Wir sind auch gerne. Ey, Müller. Hoi. Wie zum Fernsehen sind wir noch nicht gekommen, oder? Ja. Du, Müller, was ist los? Ja, nichts. Ja, es geht. Du bist herbst? Nein, nein, nein. Es war voll um neun hier. Ja, ja. Ja, ja. Geht's ja nicht. Wir sind ja schon fertig. Ja, das ist schön. Hier bauen wir das Ding, das aufs Dach kommt. Eigentlich Lande-Fähre. Sollte das mal werden. In der Bälde. Aber so drei Äste-Rauten solltest du schon zusammenbringen. Ja, ja. Kostüme haben wir vier. Einer auf Reserven. Meinst du, kommt ein? Ja, wir hoffen. Ja, halb bis zehn. Hier hinten haben wir die Technikabteilung. Ja. Wir können ja mal laufen. Ja, schon. Es ist ja so schön. Ja gut, also gut gelangt, dass es nicht trifft auf Ehren. Ja, da werden wir mal laufen. Es ist immer so. Wenn wir etwas auf dem Wagen haben, dann sind sie verklagert und so. Es ist nicht einfach nur so eine trübe, hohe Kiste, die er durchfährt. Du, der Universal, der macht seinen Namen alle hier. Ja. Ja. Früher habe ich jetzt im Schlafzimmer keinen Spiegel mehr. Was hast du nach dem Schlafzimmer rausgenommen? Nein. Fantastisch. Nein, schön. Auch ein Schwindelkreis ist super. Ja. Von welchem Datum ist der Spiegel? 1944? Nein, nein, nur der Kehl. Ah. Aber du bist auch nicht 1944? Nein, nein, nicht wirklich. Nein, nein, nicht wirklich. Und wenn jemand müde wird mit dem Bauern, kann er da noch schwindelnd schlafen. Hoi, hoi. Moment schnell, wo? Ja, hinterher. Ja, genau. Jetzt saugen wir den Staub. Apropos, Frauen haben wir keine dabei? Mal haben wir auch. Aber? Die haben halt am Morgen etwas länger, bis sie geschminkt sind als wir. Der Spiegel wäre da. Ja, der Spiegel wäre jetzt da. Heiterer Planer. Ja, ja. Wir haben eigentlich immer den gleichen Plan, oder? Genau, oder? Ja, er ändert sich auch fort so. Laufende Planung, oder? Aber es klappt immer. Das heisst, ein Datum fixieren, warten, verschieben und danach anfangen? Ja, richtig. Und ganz wichtig ist, ganz viel grünen zu trinken. Genau. Gegen Schluss zu pressieren. Aber der Müller, der ist ein Verlässlicher, gell? Das ist der Beste, den wir haben. Ja. Alles wirklich gut. Ja. Bist du eigentlich mit dem Töpfen gekommen? Nein, 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 nein. Was ist das für eine Maschine? Hoi, aber was wollen die denn? Das ist eine Tonne? Ja, das ist eine V8, oder? Das ist halt der Tonne. Das ist Müllers Tonnerbalken. Ja. Man hört ihn, wenn er kommt, gell? Ja, ja, das ist gut, ja. Ja. Doch, doch. Man hört es auch, wenn er geht. Ja. Ja. Aber jetzt erzählen wir mal von dem Plan. Was ist denn das da? Da bist du sicher lange drauf geschaut. Ja, also da haben wir schon wieder. Ja, vor allem, um der von letztem Jahr zu kümmern. Ja. 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 Ja, eben. Da oben drauf, das gibt ja eigentlich Landeffere. Da haben wir oben einen Anfang, oder? Ja. Unter drei der Wagen, wie immer. Dann gibt es, da machen wir dann die Füsse für die Landung. Die liegen draussen. Dann gibt es auf jeder Seite eine Leiter, wo dann die Astronauten wirklich hier aussteigen, runter und wirklich den ersten Schritt machen auf der neuen Welt, oder? Ja. Wie es halt so gewesen ist, oder? Gott, verdickeln mal, du. Ja. Und natürlich machen wir dann einen Haufen Scherz und Gags drumherum, unterher so, weisst du, so diese Kleinigkeiten, oder? Ja. Vielleicht machen wir, vielleicht schreiben wir dann hier an, dass es cheesy ist und hängen die noch hinten, oder noch einmal eine Waschhänge mit ein bisschen Wäsche draussen, oder? Einfach so Dinge, ja, die es dann interessant macht, oder? Herr Gatmühle, du staunest selber. Ja, das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Und am Schluss setzt er so um, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Schon, glaubst du? Ja, am Schluss ist dann einfach so, da heisst es einfach, dass alles so hängt, was irgendwo rumliegt, oder? Ja. Und er ist am Freitag abgestürzt und dann seid ihr alleine am Schluss. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was könnte passieren, oder? Das weisst du nie, oder? Nein, nein, den Umzug haben wir es immer geschafft, oder? Mal, mal. Ja, wir haben es Samstag auch mal fertig gebaut, oder? Ja, ja, der Samstag ist auch ein schwerer Tag, oder fast nach Dammel, weil eben dann müssen wir den Wagen auch fertig machen, oder? Ja, das kann man vorstellen. Ja, und du hast dann dort noch Kellerschwein? Ja. Ja, gut, das ist der Vor. Aha. Das ist am Vorfass nach Samstag. Ja, ja. Ja, vielleicht Schwarz, dann. Also mal auf Melsulfi wäre dann auch. Ja. Wo hast du denn die Agenda? Ja, da habe ich im Kopf, oder? Die Leute hören dann schon an, wenn ich um ein Skot. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Oh, hoi. Ja, für eine rechte Moldandung braucht es natürlich ... Ein Fenkler-Anschub. Ja. Wie gross ist denn so die Plache? Guten Morgen. Meie, was ist das hier? Hoi, miteinander. Wir haben gesagt, um halb in zehn. Ja. Haben wir gesagt? Boah, Patrick. Geht's zuerst einmal Kaffee? Scheisse. Wie organisiert der Mist? Das wird auch für den Salonsamt hier vorbei. Ah, hey. Geht raus in den Bett. Dann wäre es im Fall noch Silvig, gell? Nein, unten wird einfach Gold. Ja, unten ist Gold. Du weisst, du kannst die Tür schauen. Ja, du, der Müller lebt auf. Wenn du ganz nahe hergehst, kannst du im Fall die Tür schauen. Nein. Ich könnte auch als Gold-Nugget-Apato. Hä? Du hast ja Patrick. Ich sehe alles. Ja, Patrick. Könntest du so deine Pläne nicht umstellen? Aha. Du kannst die Pläne nicht umstellen. Weil die Gold-Plante zum Gold gehen. Im Umstellen. Ah, ja. Genau. Ich weiss nicht. Genau. Glondeige könnten wir auch machen. Genau. Goldene Eier. Ja, genau. Und zum Gold gehören hätten wir das schon so. Ah, ja. Geben wir noch so Röpfel verbänden. Goldene Eier. Ich habe goldene Eier. Ja, das frag mich auch. Aber äh ... Gut. Du kannst dir den Plan wieder malen, oder? Ja, nein. Ich würde immer nur abschleifen. Aha. Okay. Ja, ja. Ist es gewesen. Du Sandra, willst du schon in den Spiegel schauen? Nein! Komm, schau dir mal da mit der Ante. Nein, ich schaue jetzt nicht in den Spiegel. Wo hat er den Spiegel von 1944? Ich werde jetzt hier zum etwas malen. Ich muss doch in den Spiegel schauen. Kannst du den Spiegel laufen lassen? Ja, Willer, lass doch mal laufen. Ja, lass doch mal laufen, Willer. Ja, lass doch mal laufen, Willer. Die Sandra will dann in den Spiegel schauen. Ja, gut. Ich bin nachher gleich zurecht. Ist die Gute? Ist die Gute? Hoi, 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 hoi. Du, jetzt hast du aber recht dampf gegeben. Vorher bist du lahmer unterwegs gewesen, oder? Ja, jetzt geht's los, ey. Ja. Ich meinte, ich könnte reinschauen. Ja, komm, wann kannst du reinschauen? Ja, komm, wann kannst du reinschauen? Das ist ein bisschen. Das schaffst du schon. Aber im richtigen Moment musst du schauen, Sandra. Im richtigen Moment. Jetzt, Achtung! Ja. Bist du bereit? Ja, komm. Komm! Ich sehe nichts jetzt. Achtung, jetzt nicht. Jetzt siehst du. Und? Wie sieht es aus? Alles gut, alles gut. Ist es gut? Ja, alles gut. Aber links oben tut es mich noch ein wenig. Ja, da ist noch ein wenig. Ja, ja. Jetzt! Ja, weil ich einen Geschmier habe. Aber du, aber du, aber du, ein bisschen lang so angeleitert bist du da. Jetzt. Hey, es ist auch morgen, Samstagmorgen. Samstagmorgen. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt ist es zuerst einmal ein Kaffee. Ja, zuerst einmal ein Kaffee, ja. Danke. Wir sind heute noch anders da. Das ist vor dir. Jetzt wollen wir mal verkehrt da. Ja. Ja. Vielleicht ist es besser. Zum Wohl. 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 Hey, ja. Es ist ja wohl fertig, oder? Du musst noch schnell öffnen. Ja. Ja, ich muss noch kurz Staubsaugen. Zum Wohl. 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 Das war heute? Wir haben uns heute morgen getroffen. Die Ältesten waren die Letzten. Hast du das auch gesehen? Ich habe es ja gesehen. Ich habe es eben auch noch gesehen. Ich habe ich gemeint, ja. Du bist noch auf Brotter gewesen. Die zwei Jüngsten waren die zweitletzte. Dezweiten? Ja. Wir haben auch gesehen. Ja. Das sind doch durchsteuert. Ja ja. Und wir sind hart leer. Ich wollte die Backen. Ja, der ist nicht ganz so ... Die sind schöner hier. Die, die frisch rasierte Backen haben ... Die haben auch noch frisch rasiert. Dass jeder das mal wieder neu macht? Alle zwei Stunden. Du schlafen damit? Ja, ja. Was willst du anstecken? Bei der Tausdoppe muss man das Knoo anstecken. Immer am Kampuzi aufhängt. Und ich lüge nie. Ja, ja. Hallo. Bist du gerade am Abend in der Salsen-Suicester? Nein. Du hast ja Salsen-Suicester. Mal richten. Du kannst dich auch noch etwas schlafen. Ja. Alles, was wirklich ist, ja. Okay. Was sagst du immer zu diesem ausgeklügelten Plan? Perfekt, wie immer. Nichts anderes gewöhnt. Nichts anderes gewöhnt. Umsetzen, durchziehen, zuschlagen. Irgendwie so. Genau. Zuerst abschleifen, oder? Zuerst abschleifen? Ja, letztes Jahr einmal. Irgendwann ist es ein Durian. Wirklich. 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 Darum waren die Molzen zuerst auf dem Mund. Das ist einfach so. Aber da läuft etwas, oder? Ja, man sieht es. Weitzeiten. 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 Wir machen jetzt mal eine Pause. Wir haben noch nicht angefangen. Wirklich. 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 Bei anderen ist sicher eine gute Stimme. Ja. Dann tun wir uns das andere drauf. Komm. Hast du Wasser? Hast du Wasser? Hast du Wasser? Marcel, bringst du noch Wasser? Ich will auch mal so. Das muss detouiert sein. Natürlich auf der Backen. Auf welcher? Auf welcher? Auf der linken oder auf der rechten? Auf welcher dieser vier? Weitzeiten. Ich habe nur eine zur Verfügung. Ja, eher für die längeren Backen. Bitte. Dort, wo der Hund noch strafe ist. Im Gesicht nicht mehr. Ich weiss nicht. Wir sind im Obel schon. Hier. Ein bisschen Tela oder irgendetwas. Was musst du haben? Was? Leim oder was? Ja, wir leimen das drauf. Dann hält es wenigstens die ganze Karte. Gibt es einen Asstörbchen? Nein, ich habe einen Asstörbchen. Es ist sauber. Das ist ja kompliziert. Siehst du, was wir alles machen müssen? Das ist unglaublich. Oder hier. Schau. Hätten wir den Müller nicht. Du weisst, Sandra, es geht eine Woche nicht mehr weg. Das ist recht. Kein Problem. Oh, was ist das? Wasser? Schnaps? Das ist ja das erste Mal in dieser Flasche Wasser. Vielleicht ist es ja auch kein. Nein. Nein. Du bist sicher Kindergärtner von der Handfertigkeit her. Ja, genau. Heute schon. Hoi, 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 hoi. Jetzt, jetzt. Du hast doch ein Glüh. Du bist ein Glüh. Du bist ein Glüh. Ja, ja. Hast du genug gefeiert? Wir müssen noch etwas Wasser an. Das ist ja eine Pause. Du musst noch etwas Wasser an. Ja, wir müssen noch mehr haben. Für was braucht es Wasser? Damit das für ein Tuch lebt. Ja, genau. Aha. Willst du es nicht nochmal weg? Ja, hast du da drauf? Ja, nein. Es lädt sich hier übers Gesicht. Nein, das kann ich nicht. Warte. Ich habe noch ein Tuch. Das ist nicht so gut. Es ist kalt vor allem nicht. Ist es geliebt? Wir haben eben etwas Leuwarmes. Für uns ist es ein bisschen humaner. Für das wärst du da. Nein, ich dachte das nicht. Nein. Es ist noch nicht gut. Es ist noch nicht gut. Das ist ein SRF. Du, eine Operation ist ein Scheissdreck. Ja, das hat etwas. Aber lau war... Entschuldige. Das ist eine richtige Equipment-Fault. Genau. Genau. Das geht jetzt eine halbe Stunde für die Puppe. Es geht einfach nicht. Es sieht einfach die Strafe in die Backen. Ja, das ist es unbedingt. Ja, ja. Nur das. Das ist es. Jetzt ist er nicht ganz geschockt. Und sonst tun wir hier noch etwas Airbrushen. Wie sagen wir denn? Airbrushen? Ja, ja. Oh! Ja, ja. Schau mal so. Schau mal! Weisst du, wie hat der Stefan hier eine Freude? Ja. Ja. Hier aber das andere. Ich hoffe, ich gehe in einem Unterschied mit der Fachklasse. Ich gehe hier beim KB Glutz. Wir kommen jetzt schon an den Schwung. Da musst du keine Angst. Stell dir vor. Tschüss. Tschau. Schau. 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 Endlich. Ja, ja. Ja, da hat es Leute da oben. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nein, da nicht. Kaffee Glutz und der Schlägel. Ein Onikum. Wir sind dann weitergegangen zum Turnverein. Dermo, die Männer. Die Frauen hatten wir ja schon mal drauf. So. Und jetzt sehen wir, was die Männer hier machen. Wirklich eine riesige, riesige Arbeit. Ich bin nicht ganz sicher. Aber zwischen 60 und 80 Leute sind hier beim Turnverein dran. Ja. Vora, bamba. Mousja, mousja. Aber jetzt weiter sind es der Kaffee Glutz? Nein, ich sage mal. Ich meine, die werden so weiter, wenn ihr nicht kommen wäre. Ja, das ist so. Genau. Versoomet haben wir es. Versoomet haben wir es. Genau. An richtigen Stadner hat der Rolli um den Hals und im Ohr. Das braucht es schon. Das ist das Materialhaus vom Turnverein und der Kuckermusik. Das haben wir zusammen gebaut vor etwa 15 Jahren. Und der TV nutzt, um den Fasnachtwagen zu bauen. Und die Kuckermusik hat noch ihr Material eingelagert. Wie läuft das? Von der Idee bis zur Umsetzung? Ja, wir arbeiten einfach mal. Meistens kommen die Ideen erst mal an der Arbeit. Und dann schauen wir, was wir wirklich machen können. Und dann wird das gemacht und organisiert. Ja, manchmal kommt vor der Fasnacht noch mal eine Idee. Und dann wird das einfach gemacht, wenn man es alle gut finden. Und dann schaut man zusammen, hebt zusammen und nimmt seinen Angriff. Ja, und der, der halt meistens die Idee hat, klemmt sich noch mehr dahinter und will es dann unbedingt machen. Und dann kommt das auch mal gut. Wird einfach organisiert. Ja, grundsätzlich habt ihr ja plus minus, sage ich mal, Anfangsjahr für ein Motto entschieden, oder? Ja, wir haben eine Motorsitzung. Welcher Motto habt ihr denn mal? Diesmal ist der Konkurs von Thomas Kuck. Aha. Und wir haben einmal die Motorsitzung im Rotkat. Jetzt sind wir jetzt am siebten. Wo wir das einmal ein wenig bestimmen und schauen. Und der Bauchef macht dann einmal das Grundkonzept vom Wagen. Und was dann effektiv passiert und gemacht wird. Das kommt dann länger mehr dazu. Und du bist hier der Chef? Immer die, die die Hände zacken, sind der Chef. Ja. Ja. Das ist einfach das organisatorische ME im Hintergrund. Darum schafft ihr eigentlich ewig. Ja. Genau. Das Spezielle ist natürlich einfach, dass auch im Vergleich zu anderen Fasnachten sehr viele andere Fasnachten ihre Wagen bauen und zwei, drei Jahre mit auf Tour gehen. Und hier in Wallenstadt ist effektiv so, dass jedes Jahr die Gruppen ein neues Motto nehmen. Die bauen wochenlang. Die machen ihren Umzug. Die Leute haben Freude und am nächsten Tag wird alles wieder abgebrochen. Und das ist einmalig und das gibt es nur in Wallenstadt gesehen. Ja, das ist wirklich extrem, oder? Die, die das... Also der Stadt nach dem Umzug wird man nicht verpassen. Denn da gibt es jedes Jahr nur einmal in dieser Form. Und andere Wäge, ich sage es jetzt mal im Rindl und so, die kannst du an zwei, drei Umzüge schauen, oder? Unsere Wäge sind oftmals auch gar nicht strassentauglich, so dass sie nur zu Wallenstadt fahren dürfen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auch schauen, was ist nach dem Umzug? Kann man es denn schon, oder? Nach dem Umzug stehen die meisten Wäge natürlich im Städtli. Die Leute können auch schauen, wie das ist. Gerade für die Kinder ist es eine riesige Erlebnis, in die Wäge hineinzusteigen, um zu sehen. Und so werden die Kinder dann noch ein bisschen mehr mitgenutzt, und dann später eben auch in so einer Wagenbaugruppe mitmachen. Und das ist... Das soll das Ziel sein, und das funktioniert seit vielen Jahren. Und so machen wir auch immer weiter, weil unsere Fachnacht stirbt sicher nie. Musik Die Impressionen vom Turmverein, aber 140 geht der Turmverein neben James Cook wagen. Der Turmverein sehen wir beim Rückbau dann auch nicht. Am Aufbaubegriff, schon ganz hoch in der Luft und schon ziemlich weit fortgeschritten, war das Lorley Team. Wir haben zugeschaut, wie es dem Bau gesehen sind, weil wir wussten, jetzt kommt auch noch die Fassungsgesellschaft und die waren eingeladen beim Lorley Team. Also, zuerst ein kleines bisschen Bauern und dann eben die Gesinnigkeit von Lorley Team zusammen mit der Fassnachtsgesellschaft. Fertige Landwirtschaft, oder? Ja. Jetzt ist Fassnachts. Ja. Bist du zufrieden mit dir? Ja, auch heute läuft es wie verrückt. Ein paar haben wir schon ausprobiert heute. Was haben wir ausprobiert? Ein paar. Ja, ja. Aber sie steht noch nicht am richtigen Ort. Und das kommt dann im Laufe der Woche, dann die Installation. Sollte die Heuer besser laufen als das andere Jahr. Was heisst besser? Also, wir haben letztes Jahr noch, nach dem Umzug, vor dem Abbrechen, noch ein wenig abgeändert, dass man mit dem Strom ein wenig geschwinder einschürt. Aha, gut. Und das sollte eigentlich Faden haben. Ja. Das ist der Ort. Jetzt kommt die Bordeleine mit dem Laminat. Aha. Und wo kommen die Bären? Also, mal hier oben drauf. Und mit der einen. Ja, mal schauen. Also, ich habe sie eben nicht dabei gesehen, wir draussen nehmen, aber so wie sie es angeschrieben haben, sollte jetzt das wieder passen dann. Und dann ist geschnitten, dann ist die Form hier auch noch angeschnitten. Ja. 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 Bringen wir mal Nebis mit. Ja. An die tollen Wagenbaugruppen. Mal ein Dankeschön, etwas zu trinken. Für Männer ein Bier und für Frauen haben wir ein Rivello. Ah nein, jetzt kann er schon. Tschüss! Super! Aber Frauen dürfen auch das Bier neben uns weg, gell? Ja, ja genau. Damit du mit dem Baum vorbeimagst, geht es ganz auf die Seite. Ganz genau. Wir sind etwa auf 5,6 Meter. Das kommt schon gut. Und sonst holen wir den Baum mal mit dem Baum vorbeimagst, gell? Mit ihm und dem Karren rauszukommen. Genau. Die Dursagen mitnehmen, den Rest runterhauen. Mit dem Hefe und dem Acht. Schön. Dann bei dem Baum, bei den Pfosten. Willst du gehen? Ja, das ist heute schon gut. Ja, ja. Ja, normal. Der Karren von unten beim Brunnen. Auch. Deshalb haben wir dort eigentlich gute 10 Meter. Das ist etwas für die Dessert. Für die Dessert? Ja, ja. Stell dir mal vor. Da freue ich mich jetzt schon auf deine Creme-Schnitte, gell? Oh, die haben wir das vergessen. Irene, gibt die Dermomüte, gell? Hä? Gibt die Dermomüte? Nein, nein. Gibt es etwas anderes, Irene? Ja, nein. Sie hat blinzelt, ja. Sie hat blinzelt, ja. Sie hat blinzelt, ja. Willkommen in der schönen Stube. Genau. Ei, 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 ei. Die Plakette hängt schon, oder? Das ist Musik dort. 20 in 20. Ei, ei. Ich bin hochgegen. Ah, mal hinter der Tiste. Ah. Ei, das geht wieder raus. Strenge Sachen in dieser Faustnachtsgesellschaft. Ja, das ist so. Das gewusst es. Nein, es geht den ganzen Morgen, von einem Ort noch zum anderen, gell? Es gibt nichts Schöneres. Wann an einem Ort musst du dabei sein, der in der Faustnachtsgesellschaft die Wahl steht? Ja. Jetzt kommst du in die USA, was machen sie denn ohne dich? Die arbeiten weiter. Ich bin Präsident. Ich kann ja delegieren. Wer ist der Vize? Der Zeller. Roger. Aha. Der steht nicht da oben. Ja. Aber ey, was haben sie denn da noch für ein Sprich gewidmet? Der Zeitungsausdruck. Ah, der Zeitungsausdruck. Ja, ja. Der Zeitungsausdruck. Der Zeitungsausdruck. Der Zeitungsausdruck. 20 in 20. Komm in Ordnung. Komm in Ordnung. Komm in Ordnung. Es dauert schon lange. Ja. Schau mal dort. Hey, hey, hey. The Magic Moment. The Magic Moment. Nein, Moment. Wo ist heute der Schnubel? Der muss doch auch sehen. Schnubel! Schnubel! Kommt rein auf mich. Ja. Ich bin mal ruhig. Also, wir werden weg. Man muss sich festhalten, wenn man so eine feige Cremeschnitte hat. Und wie hast du gesagt, das ist ein Thurgauer Cremeschnitte? Nein. Nein. Nicht? Wieso ein Thurgauer? Ihr habt doch hier vorne ... Ich bin ein Thurgauer. Ah, du bist ein Thurgauer. Eben, ihr habt doch hier vorne ... Ein echter Thurgauer. Ihr habt doch hier vorne etwas gemunkelt, habe ich gehört, gell? Ja, ja. Aber du bist ein echter Thurgauer, gell? Ja, ja, sicher. Immer noch. Also, du willst eben Thurgauer für einzuschichten. Wie lange bist du dran? Auch dieser? Ja. Dann sag doch, da hat's genug. Nicht so lange. Nein. Nein. Sie hat das auch in den Griff, gell? Ja, bitte. Du auch. Okay. Du bist ja nicht die Erste, die du machst, gell? Nein, ja. Und wenn ich die Erste, du eisst, gell? Nein. Mittlerweile etwa die Zwölfte. Schon? Ja, ja. Böse Stimme behauptet, darum sie dem Tor ausgaben. Genau. Aber nicht wegen der Cremeschnitte. Fange etwas anderem. Oh mein Gott. Bei so einem hübschen Gesicht haben wir es gerne rufen. Ja, ich sage auch, wenn ein hübsches Gesicht braucht Platz, darum habe ich kein Ohr mehr. Ja. Lieber kein Ohr als kein Geld. Ja, du, Adria, bei dir schaust du so langsam. Ja, ja. Also, du musst auf die Cremeschnitte verzichten. Aber ich bin auch schon bei den Eltern sehr. Ja. Und der Prinz her, ich habe keinen Sinnstatus mehr. Wer sagt er nicht? Royalen. Royalen Status mehr. Ja. Er ist jetzt halt auch einer für uns. Ja. Dafür ist er der grösste Fall. Ja. Aber das ist er. Der grösste Fall ist natürlich auch noch der Zeller. Zeller? Zeller. Jetzt kommt der Vizepräsident. Wenn der Vizepräsident kommt. Du musst dich schnauben. Nein, das müsst ihr wissen. Ohne Zeller geht es schneller. Der Kaffee? Ja. Ja, genau. Juhu. Ich bin ein Schnaps. Ja, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, zwei, zwei. Und schnauben. Hörende Traungchen Greaterzum. Hey, leck mal hin. Leeren Platz. Paulscheck, sind wir so viele Lied hören? Ja, selbst singen wir mal. Schnubbel! Ah, komm! Sitze her! Komm, Schnubbel! Schnubbel ist Verwertungspot. Du stimmst an, oder? Ja, ja. Wirst du rein? Nein, nicht rein. Hast du mal Kaffee fürs Teilen? Nein. Dann muss er noch schnell das Vögel rutschen. Der Schnaps! Setz dich auf dem Schnaps! Du setz dich auf dem Schatz! Der Schatz ist der 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 Schatz! Das ist heiß! Was? Das am lieben Schatz? Und der Unternacht ist der Schatz. Das ist aber jetzt nicht ganz wenig Schnapsen. Der Schnaps ist der Schatz! Taktik! Sauf dem Schatz? Die Schatz ist der Schatz! Der M immin business! Sicher ein M immin nesse! Na ja klar preparem! Einer, ja. Merci. Zu uns geht's schon gut. Ich nehme auch einen Kaffee, aber ich bin mir süß. Urli ist so schön, es ist ja so schön. Wir sehen uns mit dem Barten. Wunder, wunderschön. Urli ist schön. Ja, wir wollen jetzt üben. Ich will einen anderen. Du hast doch auch noch Zucker. Hältst du den? Nein, nein. Als erstes ist der Wälder, ich würde sagen, ich bin nicht da. Ich möchte euch da danken. Nein, das war ein Werkzeug. Hast du mir noch? Ja, ich muss auch. Ja, bravo. Vielen Dank und vielen Dank für euren Einsatz. Bravo. Urli ist cool. Ja. 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 Nein, das ist einfach nicht. Das ist doch eins im Fenster. Gratulation zu den schönen Plaketen, die wir haben. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Ich finde es schöner, dass Sie es lässt. Ja, das ist eigentlich immer. Wir haben ihn voll schon fertig. Ja, Thomas hast du... 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 Ja, Thomas. Ja, Thomas hast du... Aber ich glaube, es sind ja genug coole Leute, um da vielleicht neue Texten zu machen, oder nicht? Ja, wir müssen uns jetzt mal dran nehmen. Sonst haben wir einen talentierten Schnurbel. Nächstes Jahr noch ein neues Lied, dann möchte ich wahrscheinlich eine weitere Runde geben. Hey, ja! Hey, haben Sie schon viel? Eine Sonnensplakette, Mann. Eine Verlängerung. Ja, eine Verlängerung. Ja, das könnte aber auch noch. Genau. Oh, der Rolli-Böde könnte man natürlich auch machen. Reisen kennen wir. Das kennen wir. Das glaub ich. Aber anstimmen. Wer ist denn jetzt hier, der Big Boss? Stefan, oder? Ja, der Big Boss. Im Lokal musst du anstimmen. Das Lokal ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gut. Wir singen den Text noch zu können. Ja. 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 行. Ja. Ja, ja. Da sind wir ins Wort erzählt. «Spring mir noch, spring mir noch, hau mir eine Klappe, so kann ich gehen! Jöcki, jöcki, Ziegenstöcki!» «Zigig, geiss, zigig, geiss, zigig, geiss, 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 geiss!» «Das ist noch viel zu lesen! Was machen wir noch nicht?» «Rollig, bellig, super, bellig, hau, 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 hau!» «Wie sehen wir noch nicht, da war ich wieder, hau, 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 hau!» «Und der Winn, trau, hau, 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 hau!» Zigerstöcki Ziggi Geiss, Ziggi Geiss Ziggi Geiss, Geiss, Geiss Bravo! Ich muss noch mal besser sehen! Hallo Stefan! Hallo! Stefan! So, Stefan! Das ist ein Haufen, was gehört! Wie geht es um? Hört ein Lied! Ja, das ... Wie geht es um? Nächstes Jahr wissen wir es! Nächstes Jahr können wir es! Können wir es dann? Können Sie es nicht? Nein, nein! Refrain vielleicht! Anstimm! Zeigen wir noch die Lolli-Lieder, aber nur das Refrain! 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 Der Brüner fährt hier! Oh, Brüner! Nein! Hallo Räni! Hallo Räni! Lolli ist das schön! So schön! So wunderschön! So wunderschön! Lolli ist das schön! So schön! So wunderschön! Und jetzt nochmals Zügegeist! 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 Ah, da gibt es noch Luft nach oben! Das haben wir hoch und heilig versprochen. Das nächste Jahr, dann denken Sie es mir dann vorsingen. Aber eben, da müssen wir jetzt halt warten. Aber im 2022, da denke ich, da geht es dann wieder. Und dann gehen wir vorbei und dann schauen, ob es das Lolli-Lied dann könnte. Die Wallenstädter Fasnacht-Gesellschaft zusammen. Eben mit der Lolli. Und vielleicht singen dann gleich alle einmal mit. Im Chor. Die Wallenstädter Fasnachtler. in der nuve Augen führt. Die Wallenstädter Schrift Wir ishaatronbrainstz.